Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Ihr habt bestimmt gehört, dass es schon wieder eine neue Amok-Knauftat gibt. Jeden Tag dasselbe. Meine Güte, das ist ja grauenvoll. Diesmal ist es in der Hochschule in Hamm-Lippstadt passiert. Ein 34-jähriger Mann ist um 15.30 Uhr in diese Hochschule marschiert, in eine Klasse, und hat wahllos irgendwelche Menschen oder Schüler, ich meine Schüler sind auch Menschen, aber halt nur so abgestochen. Ja, knallhart, einfach so. Einfach so ist er da rein und hat die abgestochen. Fürchterlich. Es gibt vier Verletzte. Einfach nur furchtbar. Ja, der Täter ist natürlich vom SEK festgenommen worden, ist ja klar, ne, wie Klösschenbrühe. Nicht so wie sonst, wo er entweder sich selbst hingerichtet hat oder auf der Flucht ist. Ähm, ich verlinke euch den Artikel, ne, in der Beschreibung, da könnt ihr euch das selbst durchlesen. Ich frage mich, wo das hinführen soll, echt. Wo soll das hinführen? Jeden Tag, ne. Jeden verdammten Tag gibt es jetzt eine Amoktat. Jeden Tag. Oh Mann. Fürchterlich. Ich werde aber über die nächsten, naja, Vorkommnisse, sag ich mal, ne, weiter Videos machen, weil ich finde, das muss erwähnt werden, ja. Die letzten Taten habe ich jetzt nicht unbedingt in meinem Kanal, naja, ein Video gewidmet, ne. Okay, bis dann. Tschüss.